Freunde der Technik, schon wieder ein neues Samsung-Gerät und zwar ist das hier das Samsung Galaxy A8. Ja, ihr habt richtig gehört, das A8. Letztes Jahr waren ja vor allen Dingen das A3 und das A5 bei euch sehr beliebt. Jetzt gibt es also den Nachfolger und da hat sich einiges geändert, leider auch am Preis. Wir wollen mal schauen, was das A8 so kann und was eigentlich die großen Unterschiede sind zum Galaxy S8. Das ist es hier, das ist das Galaxy A8 von Samsung und ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang, sondern vergleichen es einfach mal direkt mit dem Samsung Galaxy S8. Weil ihr müsst wissen, die A-Reihe und das ist ja nun mal jetzt das A8, da gibt es auch noch das A8 Plus, richtig? Ja, aber wir wollen jetzt euch mal vor allen Dingen das A8 zeigen und das ist mehr oder weniger, schaut es euch an. Ich halte mal kurz meinen Sabbeln von vorne, von der Seite und von hinten doch sehr, sehr ähnlich zum Galaxy S8. Und ich würde sagen, wir hangeln uns so nach und nach ja ab und gucken mal, was die Unterschiede sind. Weil die A-Reihe ist ja letztendlich die günstigere Mittelklasse von Samsung und ja beerbt letztendlich immer sozusagen die Vorjahresmodelle von Samsungs S-Klasse. Das A8 ist jetzt gerade im Januar rausgekommen, das S8 ist schon im vergangenen April rausbekommen. Und ihr seht aber schon, dass die Gemeinsamkeiten nicht nur optischer Natur da sind. Und ja, wie gesagt, hinten haben wir zum Beispiel eine Glasrückseite und zwar bei beiden. Ihr habt das S8 natürlich jetzt einfach eine andere Farbe, aber ansonsten bestehen beide hinten aus Glas. An der Seite bestehen beide aus Aluminium. Und ja, was ich aber sehr, sehr gut sichtbar finde, ist hier, dass das SA runder ist. Es ist schmaler, es ist ein bisschen kleiner und vor allen Dingen hat es durch diese Edge-Kanten, darauf kommt vielleicht noch ein bisschen zu sprechen, hat es einfach einen geschwungenen Rahmen, der deutlich kleiner ausfällt. Beim A8 wiederum gibt es nämlich keinen Edge-Rahmen und dementsprechend ist der Rahmen an sich auch größer und der macht das A8 auch irgendwie, finde ich, ein bisschen klobig. Aber gut, das ist eine Geschmackssache. In der Hand liegt es zumindest gut und warum es auch gut in der Hand liegt, ist einfach folgendes. Wir haben hier nämlich endlich unter der Kameralinse einen Fingerabdruckscanner. Der war ja noch beim S8 an der Seite und der sorgte doch für viel, viel Ärger beim S8 und beim S8 Plus und auch beim Note 8 wohlgemerkt, weil die Leute irgendwie den Fingerabdrucksensor nicht wirklich fühlen konnten. Und vor allen Dingen konnte man ihn schnell verwechseln mit der Kameralinse, weil man da einfach schnell rüberwischte. Das gehört zumindest jetzt bei der A-Klasse und auch beim Galaxy S9 und beim Galaxy S9 Plus, was ja jetzt zeitnah vorgestellt wird, dementsprechend der Vergangenheit an. Weil hier zieht nämlich der Fingerabdruckscanner von der Seite hin unter die Kameralinse. Das, finde ich, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn wir hier reinfassen, merken wir, dass immer noch kaum fühlbar ist, wo jetzt eigentlich dieser Fingerabdrucksensor ist und man das immer noch relativ gut verwechseln kann mit der Kamera. Also da hat Samsung sich schon verbessert, ja, aber man ist irgendwie noch nicht an der Spitze des Eisbergs gekommen. Und wer weiß, vielleicht hat das Galaxy A9, was nächstes Jahr bestimmt rauskommen wird, ja schon einen Fingerabdrucksensor im Glas. Das hat man nämlich auf der CS bei einem Vivo-Smartphone gesehen. Aber zurück zum Galaxy A8. Da haben wir vorne einen AMOLED-Bildschirm. Ich zeige euch das mal. Das ist mit zwei Geräten immer ein bisschen schwierig. Wir haben hier einen AMOLED-Bildschirm, also kräftige Farben, schöne Farben, schöne Kontraste. Ja, und vor allen Dingen ist schwarz hier auch wirklich schwarz. Und wir haben hier im Vergleich zum Galaxy S8, ich mache es mal hoch, so, ja, seht ihr? Ungefähr den gleichen Bildschirm, denkt ihr? Hier haben wir beim Galaxy A8, zu der linken sozusagen, haben wir einen 5,6-Zoll-Bildschirm. Das Galaxy S8 hat aber einen 5,8-Zoll-Bildschirm. Und ihr seht auch, dass Samsung beim Galaxy A8 von einem Infinity-Display spricht. Das heißt also, wie bei der S-Klasse, von einem, ja, fast rahmenlosen Bild. Das, muss ich aber nicht sagen, stimmt nicht so ganz. Weil hier oben und unten ist der Rahmen doch sehr, sehr gut erkennbar. Deutlich mehr als beim Galaxy S8. So kommen wir nämlich beim Galaxy A8 auf eine, ja, Zollfläche, auf eine Bildrahmenfläche von 75 Prozent. Das Galaxy S8 hat aber eine Fläche von 83 Prozent vom Display im Vergleich zum Rahmen. Der hat hier nämlich nur noch 17 Prozent. Beim Galaxy A8 sind es immerhin 25 Prozent. Und das sieht man ehrlich gesagt auch. Dazu ist die Auflösung beim Galaxy A8 kleiner. Hier haben wir nämlich Full HD+. Beim Galaxy S8 sind es noch QHD+. Und wir haben hier zum Beispiel beim Galaxy A8 kein HDR10. Das heißt also, diese, ja, schöne neue Technik, dass das Bild noch ein bisschen schöner aussieht, dass die Farben noch ein bisschen kräftiger sind und auch die Lichteffekte einfach noch ein bisschen schöner zur Geltung kommen. Zum Beispiel bei YouTube oder bei Netflix. Das haben wir beim Galaxy A8 leider nicht. Dazu haben wir auch einen unterschiedlichen Prozessor. Das Galaxy A8 kommt nämlich nur in Anführungsstrichen mit dem Exynos 7885 raus. Hier sind wir also mit 2 mal 2,2 GHz ausgestattet und mit 6 mal 1,6 GHz. Im Vergleich zu der A-Klasse aus dem letzten Jahr, zu dem A5, hat man aber bei Samsung zumindest den Arbeitsspeicher etwas erweitert. Und man bringt hier jetzt 4 GB Arbeitsspeicher. Im Alltag sind Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den beiden Geräten, ehrlich gesagt, gar nicht so spürbar. Da merkt man das Leistungsplus des Galaxy S8 gar nicht so an. Wenn wir dann aber die Benchmarks bemühen, wie zum Beispiel wir mit dem Geekbench-Test, da merkt man schon, dass das Galaxy S8 doch deutlich schneller ist. Zum Beispiel kommen wir bei Geekbench beim S8 auf eine Einzelkernwertung von 1950. Das A8 hier kommt auf 1530. Wert man bei den Mehrkernen, und das ist ja eigentlich das Entscheidende, wir haben ja nun mal viele Kerne, die hier drin werkeln, auf 6400 beim Galaxy S8 kommt. Und beim A8 kommen wir auf 2000 weniger, also auf 4340. Und gerade da merkt man es dann doch schon. Gut gefällt mir auf jeden Fall, dass das Galaxy A8 einen Dual-SIM-Slot hat. Das heißt, ihr könnt euch hier entscheiden, ob ihr in der Duos-Variante eine Micro-SD nehmt und damit den 32 GB internen Speicher nochmal erweitert. Oder ihr nehmt einfach eine zweite SIM-Karte. Das ist dem Galaxy S8 nicht vorbehalten. Das geht hier nicht. Finde ich gut. Ansonsten haben wir einen gleichen Akku. 3000 mAh, 3000 mAh. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, obwohl das noch nicht im Testlabor war, dass das Galaxy A8 eine deutlich bessere Akkulaufzeit haben will als das S8. Hier kommen wir nämlich nur auf 9 Stunden. Ich würde mal tippen, dass wir hier locker 13, 14 Stunden bei intensiver Nutzung erreichen können. Alleine schon, weil die Display-Auflösung einfach geringer ist. Ja, ansonsten der wohl größte Unterschied zum Galaxy S8 ist die Kamera. Wir haben hinten 16 Megapixel, auch nur eine Linse, keine Dual-Cam. Und zwar die hintere 16 Megapixel-Kamera ist, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, durchaus auf dem Niveau des Galaxy S8 hat ein paar Schwächen, wenn es dann um die Details geht. Aber ansonsten ist das eine richtig, richtig gute Kamera dafür. Die größten Unterschiede gibt es aber tatsächlich vorne. Oder schaut mal, haben wir hier eine Linse und wir haben noch eine zweite Linse. Wir haben nämlich einmal 16 Megapixel und einmal 8 Megapixel und das auch noch als Weitwinkelinse. Hier könnt ihr dann letztendlich, wie ihr es auch von Apple und Co. gewohnt seid, mit der Brennweite und mit dem Bokeh-Effekt spielen. Das heißt, ihr könnt die Schärfentiefe unterschiedlich setzen. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Das ist das Galaxy A8. Kommt noch nicht mit dem neuesten Android 8 daher. Das bleibt wahrscheinlich auch der S-Klasse vorbehalten. Da soll es ja noch ein Update geben. Ist jetzt gerade in der Beta-Phase. Hier haben wir noch Android 7.1.1. Und auch sonst muss man ehrlich sagen, dass das A8 eine super Weiterentwicklung ist in der A-Reihe. Aber ich ehrlich gesagt so ein bisschen finde, dass Samsung seine A-Serie so ein bisschen, ja, verwässert hat. Weil das Gerät hier, so wie es hier in meiner Hand ist, kostet 499 Euro. Und das ist doch ein ordentlicher Preisaufschlag im Gegensatz zu den alten Modellen, die teilweise jetzt noch 250 Euro kosten. Klar, der Marktpreis wird sich ein bisschen regulieren, das ist richtig. Aber wenn man überlegt, dass das Galaxy S8 auch schon für 499 Euro im Angebot ist, muss man ehrlich sagen, würde ich dieses Galaxy S8 immer dem A8 vorziehen. Und das dürfte auch der Grund sein, warum das A8 zumindest derzeit nicht nach Deutschland kommen soll und es nur über Umwege in den Auslandshops zu importieren ist. Und ja, wie gesagt, wartet da noch ein bisschen. Wenn der Preis sinkt auf 400 Euro, falls ihr das Video jetzt in einem halben Jahr erst schaut, also irgendwann im Sommer 2018, dann kann das Gerät vielleicht schon 350 Euro kosten und vielleicht auch 300 Euro, vielleicht auch zumindest 400 Euro. Dann ist das ein richtig guter Preis, aber für 499 Euro holt euch lieber das oder ein ganz anderes Telefon.